Jo Leute, Rahman hier. Chapter 1. Reptex ist da. Vierte Runde 2018. Neu ist in diesem Jahr, dass endlich auch Produzenten mitmachen können bei Reptex. Auch neu ist, wir haben drei Vorrunden in Stuttgart, in Köln, in Hamburg. Das Finale findet in Berlin statt am 14.12.2018. Am 13.04. geht's los. Wie im letzten Jahr oder in den letzten Jahren stellen wir euch natürlich auch ein Beat-Paket zur Verfügung, solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, eigene Beats zu produzieren. Die Beats kommen dieses Jahr von Dope is Dope und von Eddy und Murphy. Cover zum Download stellen wir auch auf der Reptex-Seite bereit, für den Fall, dass ihr keinen Grafiker habt, der euch ein Artwork erstellen kann. Was gibt's zu gewinnen? In den Vorrunden gewinnen die MCs und Crews eine professionelle Musikvideoproduktion und verließen ihre Single über Chapter 1. Die Produzenten equipmenten den Wert von 2.000 Euro und die Aufnahme in unseren Produzenten-Pool. Alle Sieger der Kategorien ziehen automatisch ins Reptex 2018 Halbfinale ein. Im Finale entscheidet sich dann, welcher MC und welche Crew einen Plattenvertrag und welcher Produzent einen Produzentenvertrag bei Chapter 1 Universal Music gewinnt. Wir freuen uns wirklich sehr auf eure Einsendungen. Infos rund um Raptex, wie was geht, findet ihr auf raptex.de. Checkt das aus! Dein Album klingt zu mies, fuck mich ab, komm ruhig mit deiner ganzen Infanterie. Hinter meiner Jalousie arbeite ich wieder...